Hallo, es gab schon ganz lange keinen DM-Hall mehr von mir. Habe ich seit Ewigkeiten nicht gedreht und weil ich heute Morgen mal wieder einkaufen war und einige Sachen dabei sind, die euch eventuell interessieren könnten, dachte ich, ich drehe mal wieder einen ab. Das ist wie immer eine bunte Mischung aus Kosmetik, Essen und Putzzeug und wir gehen das mal zusammen durch. Fangen wir mit dem Spannendsten an, was ich immer mitnehme, wenn ich zu DM gehe, sind feuchte Allzwecktücher von Benkmit. Die sind super praktisch für Bad, Küche, Wohnzimmer, alles. Einfach für zwischendurch, um mal drüber zu wischen. Kann ich euch nur empfehlen, machen das Pusten sehr, sehr viel leichter. Dann war mein Sprühdeo leer, da nehme ich eigentlich immer dasselbe mit. Dasselbe und das gleiche. Nicht so einfach für jemanden, der aus Baden-Württemberg kommt. Und zwar von Rexona, das Cotton Dry Deo. Riecht für mich einfach am angenehmsten, am neutralsten, was Sprühdeos angeht. So ein frischer Wäschegeruch und das beißt sich nicht mit meinem Parfum. Das habe ich einmal in groß und einmal in klein für meine Handtasche mitgenommen. Ich habe ganz lange keine Duschprodukte mehr gekauft, weil ich so viel zu Hause hatte und das erstmal alles aufbrauchen wollte. Und das habe ich jetzt einigermaßen geschafft. Also sind vielleicht noch so zwei übrig und ich dachte, jetzt darf ich mal wieder eins mitnehmen. Und das hier hat mich sofort angesprochen. Das ist die Balea Duschlotion in der Duftrichtung Ginger & Lemon. Das liegt nach einem Duft, der genau in meinem Beutelsthema fällt. Generell mag ich Balea Duschprodukte richtig gerne. Die sind super günstig und ergiebig, riechen meistens richtig gut. Das hier hat 95 Cent gekostet. Das ist auch neu im Sortiment. Also es hing so ein Neuschildchen dran. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder ein Duschgel mitgenommen habe. Dann auch relativ basic die Ebelin Kosmetikstäbchen. Die sind super, um Eyelinerstriche zu verbessern oder Mascara so ein bisschen wegzumachen, wenn man so ein bisschen gepatscht hat. Die haben eine so eine flache, breite Seite und eine spitze, 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 Seite, spitze. Man kann natürlich auch normale Wattestäbchen benutzen, aber immer wenn ich dran denke, nehme ich die hier mit, weil es damit doch ein bisschen einfacher geht und man damit so ein bisschen präziser Sachen entfernen kann. Und die kosten 65 Cent. Ich habe mir vor kurzem auf dem Flohmarkt... Ich habe mir vor kurzem auf dem Floh... Ich habe mir vor kurzem auf dem Floh... Ich habe mir vor kurzem auf dem Flohmarkt einen neuen Schminkhocker gekauft. Und der war natürlich benutzt und schon relativ alt. Und der hat so eine Polsteroberfläche und deshalb wollte ich den unbedingt einmal reinigen. Und deshalb habe ich mir von Vanish so einen Textilreiniger besorgt. Sowas habe ich noch nie ausprobiert. Also keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, aber er ist auf jeden Fall für Polster geeignet. Ich wollte den Hocker eigentlich neu beziehen, aber ich habe dann einfach so ein Lammfeld rübergelegt und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich muss nur einmal so die Oberfläche reinigen, damit er mit gutem Gewissen in meinem Zimmer steht. Und deshalb habe ich das hier mitgenommen. Das war unglaublich teuer. 4,95 hat es gekostet. Und der Hocker hat so 7 Euro gekostet. Also fast so teuer wie der Hocker vom Flohmarkt. Aber ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich ihn einmal da mit reinige. Dann laufe ich bei DM immer einmal durch die Essensabteilung und meistens nehme ich Pastasoßen mit, weil ich finde, sowas ist immer praktisch zu Hause zu haben, wenn es schnell gehen muss. Ich habe vorher immer die von Alnatura gekauft. Die wurden jetzt ersetzt von dieser DM-Bio-Marke. Es gibt aber immer noch die vegetarische Bolognese-Soße. Ich hoffe einfach mal, dass die noch genauso schmeckt wie die von Alnatura, weil das war meine absolute Lieblingssoße. Und dann habe ich diesmal noch die Ricotta-Pecorino-Soße mitgenommen. Die kosten jeweils 1,65 Euro. Lena schreibt mir Müllbeutel. Ich habe letztens Müllbeutel in einem Euroshop gekauft und das war die dümmste Investition überhaupt. Sie halten so ungefähr nichts, also sind sofort gerissen. Und die Profissimo DM-Müllbeutel sind um einiges besser und die kosten 65 Cent. Also typischer 1-Euro-Laden-Face. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ich habe drei neue Lippenprodukte mitgenommen. Zwei Lip-Liner und zwar einmal von Alverde, den Lip-Liner in der Farbe 15 Aubergine. Ich liebe den Lip-Liner von Alverde in der Farbe Pretty Mauve. Das ist so eine richtig schöne altrosane Farbe. Und der hier ist so ähnlich, nur noch ein bisschen dunkler und bäriger. Der hat jetzt 1,75 Euro. Muss ja einmal passieren. Einmal pro Video muss man was runterschmeißen. Zweimal pro Video muss man was runterschmeißen als YouTuber. Generell trage ich zur Zeit super gerne einfach nur Lippenpflege auf und dann Lip-Liner drüber. Das hält unglaublich gut. Und Lip-Liner sind auch einfach super günstig. Weil ich den anderen so gerne mag, dachte ich, den hier kann ich auch mal ausprobieren. Und dann ein Lip-Liner von Manhattan. Das ist der Extreme Last Lip-Liner in der Farbe 94F. Manhattan-Produkte haben doch keine richtigen Namen, oder? Das ist ein reines hellbraun. Ich trage zur Zeit total gerne so braunen Töne auf den Lippen. Und ich hatte irgendwie noch kein pures Braun. Deshalb habe ich in letzter Zeit total oft Bärentöne mit braunem Lidschatten gemischt. Den hier stelle ich mir total schön einzeln vor. Oder auch einfach als Base, um dann eben eine bärige Farbe so ein bisschen bräunlicher zu machen. Und das dritte Lippenprodukt geht auch in eine bräunliche Richtung. Ist allerdings so ein bisschen heller und nudiger und hat auch noch so einen leicht altrosanen Einschlag. Und zwar ist das die Farbe 06 Barely There von Essence. Ich habe schon mehrere aus der Lippenstift-Reihe und mag die gerne. Die sind qualitativ echt gut, vor allen Dingen für den Preis. Haben eher so ein shiny, glänzendes Finish und kosten 2,25 Euro. Die Farbe hat mich einfach direkt angesprochen. Nicht, dass ich nicht schon genug Töne in diese Richtung hätte, aber wer hier durfte jetzt auch noch mit. Und ich glaube, das ist einfach so ein schöner Alltags-Lippenstift. Wo man nicht groß nachdenken muss, wenn man den aufträgt. Dann eine Foundation. Und zwar von Max Factor die Miracle Match Foundation. Die hat Lena in letzter Zeit öfter erwähnt und empfohlen. Ich habe die Farbe Natural 50 mitgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Farbe gewählt habe. Ich glaube, sie ist einen kleinen Ticken zu dunkel. Aber wir gehen ja jetzt auf Frühling und Sommer zu. Also wird sie mir irgendwann schon passen. Ich habe die heute Morgen gleich einmal ausprobiert. Ich kann natürlich noch nicht so richtig was dazu sagen. Sie war sehr schier beim ersten Auftrag. Aber ich glaube, man kann sie ganz gut schichten. Die hat 12,95 Euro gekostet. Also nicht super günstig. Aber wenn Lena sagt, dass die gut ist, dann muss ich die halt auch mal ausprobieren. Dann habe ich von Catrice die Glam & Doll Mascara mitgenommen. Habe die schon tausendmal gesehen. Ich benutze ja zur Zeit noch ein bisschen lieber die Glamour Doll Mascara. Also die lilane Version. Aber diese wird auch für immer ein Favorit bleiben. Und weil meine anderen zwei eingetrocknet waren, habe ich hier eine neue mitgenommen. Die kostet 3,95 Euro. Dann habe ich von Catrice den Long Lasting Brow Definer mitgenommen. Aber diesmal in der Farbe 030 Chocolate Brownie. Das ist der dunkelste. Ganz am Anfang gab es nur den hier und den für Blondinen. Der hier war mir aber damals, als ich ihn hatte, viel zu dunkel. Also er war fast schwarz auf meinen Augenbrauen. Jetzt habe ich ja aber meine Haare dunkler gefärbt. Und ich glaube, jetzt könnte das einigermaßen passen. Und die mittlere Farbe, die ich jetzt normalerweise immer benutze, ist mir einen kleinen Ticken zu hell. Und ich liebe das Produkt in sich. Aber deshalb dachte ich, ich probiere mal nochmal die Farbe aus. Vielleicht passt die jetzt ein bisschen besser als die mittlere. Und zu guter Letzt noch eine Mascara. Und zwar von Essence die Maximum Definition Volume Mascara. Die hatte ich auch schon mal. Und Solo an sich finde ich die nicht gut. Also die gibt nicht besonders viel Volumen, aber sie trennt super schön. Und ich benutze die einfach gerne über eine andere Mascara, um die Wimpern nochmal so ein bisschen zu trennen und zu separieren. Und die kostet, wie gesagt, wie gesagt, wie schon tausendmal gesagt, kostet 2,75 Euro. Ah, ich habe noch was vergessen. Das war gar nicht das letzte. Und zwar habe ich noch von P2 den Volume Gloss Girl. Das ist die Farbe 150 Cute Girl von den P2 Volume Gloss Lacken. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich treuer Essie Lacke Fan bin. Aber den hier habe ich letztens an jemandem auf einem Event gesehen und mich sofort in die Farbe verliebt. Das ist so ein super schönes, kühles, altrosa Nude, finde ich. Eine Farbe, die ich so auch noch nicht habe als Nagellack. Zur Qualität kann ich nichts sagen, wobei ich schon oft gehört habe, dass die P2 Volume Gloss Lacke gut sein sollen. Ich habe selbst noch keinen ausprobiert. Ich habe selbst noch keinen ausprobiert, aber ich bin gespannt. Die kosten 1,95 Euro. Also viel weniger als Essie Lacke. Und ich bin gespannt, wie der sich macht. Vor allem, weil ich die Farbe so, so schön finde. Das war mein DM Haul von heute Morgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zuletzt bei DM gekauft habt. Das würde mich sehr interessieren. Hier am Ende verlege ich euch meinen letzten DM Haul. 100 Jahre alt, aber vielleicht habt ihr trotzdem Lust reinzuklicken. Und nebentran verlege ich euch unsere Weekly Blog Playlist. Auch da freuen wir uns immer, wenn ihr reinklickt. In der Infobox findet ihr auch die Links zu unseren Social Media Kanälen. Und dann war es das für dieses Video und wir sehen uns im nächsten.